Ich hab ihm auch drauf ein ASMR Nein, ok, nein, nein Oh Gott, nein, nein Was denn? Was denn? Was denn? Ich hab zu ihm gesagt, er soll ein ASMR machen Hallo Leute Ähh Kannst du nicht? So Aber du musst... Nein, du wirst du das machen, das ist irgendwie so eine Engländerin, glaub ich, das ist irgendwie nicht mehr Hey, mit Swings Darling This is what good pussy sounds like Ich hab einfach nur drauf gewartet, bis du jetzt eh zum Arsch reichst Ja Genau um, keine Ahnung wie viel Uhr morgens Wenn meine Eltern ein Zimmer weit haben, versuchen sie zu schlafen Beziehungsweise schlafen Ich hab allein schon drauf angesprochen, wenn ich eine normale Lautstärke ruhe, dann werde ich natürlich ASMR durch die Gegend schreien Logisch, Peter Warum denn nicht? Dann machst du doch Faby 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 Es scheint echt gutes Zeug zu haben. Wie das ist am reißen. Alles wird gut. Habe ich nichts lustiges mehr sagen. Ok. Also eigentlich würde ich sagen, dann könnte ich gerade Hallo Internet verschreiben. Warte mal, ich soll nichts lustiges sagen. Probieren, machen wir einfach mal einen kleinen Test. Hungen der Kinder in Afrika. Muten, bitte. Eine afrikanische Kinder in Leben hinten. Ich habe mich gerade gemutet. Rechtzeitig, dass ich nicht lachen muss. Egel. Hm? Was? Ich habe mich gerade rechtzeitig gemutet, dass ich nicht lachen muss. Wie heißt das war der Saugmoto? Was? 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 Was, wenn ich leider jetzt in Stream kommt Es sind einfach nur so drei Vollpfosten, wie es die Nase herrscht und dabei Drugsimilater spielen. Hey! 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 Cheeky-Pricky! Bruder, get out of the zone! I know, Cheeky-Pricky, you have to have kids. Hi! Hi! Hey! Lass mal ein ASMR-Livestream machen! Junge, der verrekt fach! Junge, der kraft, der fach auf! Hey! 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 you wanna listen to me we have great ASMR look at this nice hey sound ASMR ASMR hey 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 this is cheeky ASMR you know today we will go to the zone today we will go to the zone today we will go to the zone and then we will kill some stalkers yes yes we will have fun you know we will play hey little cat you wanna get in my truck oh my god yes yes get in my truck and i will drive you to a nice little forest yeah let's do some freaky style let's do some ASMR you know listening to cat let's do some ASMR you know let's do some ASMR you know oh drinking some vodka do you like this yes 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 ha 2 ha what does it make but thebeing 병 ha 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 H ha Warte mal, ich kann das gleich echt versuchen, ich hab hier noch die exakne Packung. Es gibt eine Bar in der Kommen, du wirst in die Lobby und du wirst uns zum Spannung. Und jetzt, du wirst uns mit uns im Campfire, du wirst ein Wodka hören. Du hörst alle Sonne von deinem Mund. Du möchtest es? oh geil you know this is cheeky ASMR you know we will have some fun and especially in the zone you know you can hear every part of your body you know it will be it will be fun you can even hear my heart my heartbeat you know ah sukkk i can't hear it i can't hear it my friend oh my god i can't hear it my friend oh my god can you hear it nah i can't well you know you know it's rising because of you well you know i don't have heart i just have a stone well i just have two shots of water from the zone the old carpenter yes it's cheeky ASMR oh yeah oh yeah oh this was airwap you know oh yeah rape my ears rapey yes oh no yes yes smoke some oga some weed yes 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 let's put some weed in oga then you get high and make some great ASMR i like it better i like it yeah i know you like it oh okay i know that you're a strange person yes yeah 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 i'm gonna do some chicken free action yes yes oh that is going to be a good put it in my vodka yes yes yeah and i'll suck in my bottle oh yes yes oh i put my sandwich keys in yeah okay yes yes it is good you know it tastes like pure pure Russian vodka you know i'm actually twitch live streaming you know and it will be funny if someone watches this stream right now just comes in and i think he would like it yeah he loves it like because of all the cheeky that is going on here because there is a lot and this wrong cheeky squeaky right here you know i think he will get enslaved yeah even if he hears this nice ASMR oh these nice they are ruining everything right now calm but you know we can have fun here oh can you hear this oh can you hear this oh can you hear this oh yes yes oh oh go on yes can you hear this you have a 10 hear this yes Chicky you have a lot of yes you have a lot of yes we could do a 10 hour ASMR the noise on is drinking vodka yes 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 Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja Senpai, bitte Wat? Wait, send me some weed Senpai, notice me No, no, no Okata back out with the weed and send it to me I will have a great time No, 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 no No, 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 no No, 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 no No sucky No sucky, 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 sucky one time We're not in Hong Kong but you can suck it if you want Hey, you wanna get with us in the suicide forest and finding a dead body Yeah, let's have some fun Let's go to the, let's go to the forest Let's go to the forest We're finding a dead body in the suicide forest Well, we can try to drive it in the, in the ED We can drive it in the ED And we will take some great pictures with the dead body Yeah, and we can actually have some fun with the, with the cocks and stuff Yeah We can have, you know You know what we can do Oh yeah We can do an ASMR with the cocks from the dead body And we can put some ASMR keys up it in his ass Yeah All of them up And we can take it out, you know It will be great Oh, we will cook some, uh, pilimines in the ass Yeah And Fabian muted himself I don't know why And you, well, you can, what, if you want You can put his ASMR key on it And I please And suck it off, you know Can I please fuck the dog AHA You can just hear it The ASMR Ah, I should start You know We can have some fun right here Because the stories are back again And with the ASMR trail We will get some new followers Yeah We will get some money We will get rich Yeah We'll get some more We'll get some more Hong Hong. Hong Hong. Und ich wundere mich, warum ich keine Freundin habe. Wie kommt es denn da raus? Weiß ich gar nicht. Ich bin doch voll der normale Typ. Ich sollte vielleicht langsam mittlerweile mal weiterfahren. Ich bin doch voll der normale Typ. Solange man mich nicht nach 22 Uhr anspricht. Ich noch mal morgens. Ja, wir haben ja gerade mal so 20 Uhr oder 2 Uhr. Na gut, ich meine mein Vater hat gesagt, ich soll heute nicht um halb 5 ins Bett gehen. Du kannst ja um Viertel nach 4 gehen, ne? Ja. 5 Uhr halb. Vorher nimmst du nochmal ein ASMR auf, Alter. Und du sprichst ja vorhanden. Lass mal so einen Kanal starten, wo wir nur so ASMR tiki-priki machen. Ohne Scheiß, kann man sogar echt mal so. Ja. Dann machen wir so ASMR tiki-priki. You know we can have some fun. Ich stelle mir vor, dass wir dann so voll viel Geld kaufen und so vollen fetten großen Membranen. Machen dann so umso bessere Videos, machen dann auch Livestreams mit durchschnittlich 6000 Zuschauern. Weil es so voll reich. Auf jeden Fall reicher als mit dem Channel hier. Ja gut, dass ich das alte T-Bone habe. Nicht T-Bone, ey, was glaube ich da hier, Rode. Ja, ich habe nur ein Headset-Micro. Ja, hat man auch dementsprechend gehört. Mano. Ja, ist halt nicht so geil wie bei mir. Auch wenn ich das nicht hören konnte, ich weiß einfach, dass es geil ist. Mit schicki-briki. Warum, wie hat es sich bei mir angehört? Äh, wie, 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 wie Störgeräusch-Simulator 2017. Oh. Warum hast du nicht was gesagt? Dann muss ich das nicht die ganze Zeit vor so eine Fresse biegen. Achso, ja, einfach so. Vielen Dank.